ja hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft 7 to the sky wir sind gerade alleine noch auf den server ich weiß nicht ob du heute noch eine scheiße drauf keine ahnung wir legen uns vor ein kurzes mal hin ich habe schon ein bisschen redstone nachgeschmissen unser kraft da wie ich nur sagt war da jetzt das andere dinge noch mal und wir noch mal unseren böser zitrus und wir brauchen wir auf jeden fall nicht mal zitrus quali ist auch gut würde sagen so machine 32 habe ich hier gebraucht nur 1 2 3 und brauche ich da ja auch noch ein paar wir kräftigen und partner müssen wir auch machen wir müssen so viel machen noch mal kurz nächste fuhre davon das ist anscheinend ja die nacht durchgelaufen ist das muss man auch mal kurz nach dem obfam gucken wie das bei der aussieht so der läuft so lang ist aber sicher durch der hat es zugemacht also hätte schön sein können so sind hier noch mal ein paar sachen mit drin aber das müssen Sie nicht davon abhalten dass den besser laufen zu lassen aber zu schmeißen wir denn da ein paar verwenden das gleich damit rein und dann ist das in ordnung dann hatte da sein teil mit am laufen die brutzeln furchtfurcht vor sich hin wo ist denn hier so wie sieht es jetzt hier aus was ist da kein quass das wär natürlich haben wir kein quass das wär warum sollte denn wieder raus quats glas so 90 stück haben wir ja schon das brauchen wir 32 und dafür brauchen wir jedes mal immer vier und dem müssen die türme nach oben gebraucht werden wenn ich das ist okay hier das sind die kraft den kuh prozessor auf den sturm kein körper auto auto kräftigen die preis werden sie mir das mal irgendwie weiß ich nicht so richtig das baum soll ich glaube das habe ich auch das sind noch nicht gebot das war glaube ich immer keine also das auch mal wie es das da das haben wir ja so das war jetzt auch nicht so schwer man muss dafür sagen wir wissen wie was den muss das ist auch ein stück drin gewesen 23 und die gleiche hinterher schmeißen bis 24 wirklich viele haben da auch nicht mehr kein status karts wer ja und wir haben noch ein bisschen soll und was ich kase so haben wir ein bisschen zu sein also wir müssen ja vier pro das sind ja gar keine vier und das sind ja nur drei vier 812 das heißt wir wurden 44 44 davon auf jeden fall wir haben mal 120 130 hat mir sogar karno haben schon ordentlich was weg so jetzt kommt noch mal eine fuhre und sollte es einigermaßen reichen vielleicht könnten wir auch so spa zu planten und machen hatten wieder nur kabel man könnten wir gucken wie genau wie das machen müssen ja das ist wohl und dann müssen wir unten dann noch mal wieder extra anschließen und dann müssen wir sehen dass wir den dann nochmal durchkriegen natürlich hat das nicht greifen es sei denn wir wollen den unten lang damit geht das dann haben wir ein strang dann haben wir ein strang den wir so benutzen können den müssten wir dann hier dazwischen irgendwie durchführen mit anker und den könnten wir dann da anschließen das würde gehen so wie sieht das aus 30 da ist was fehlt alles ich habe schon gedacht die loko-possessionen könnten vielleicht ein bisschen schwierig werden das wäre vielleicht zuviel aber nein ich muss mir dann nochmal wieder zumachen das brauchen wir ja nicht mehr allerdings brauchen wir dann noch ein paar kabel wo sind meine kabel natürlich haben wir nichts mehr davon 26 sollte wohl erstmal reichen hoffe ich dann machen wir das mal kurz nebenbei aber dann müssen wir erst mal kurz hier umbauen du bist da dran du bist da dran das ist alles ein bisschen eng hier so ach wir haben die Anker vergessen ach ne wir haben mal hier wieder wir brauchen Anker genau buchen wir die Anker Kabel Anker perfekt 64 so dann müssen wir dann hätten wir den und dann hätten wir den das müsste dann hier gehen so du hier raus du da raus dann müssten wir das einmal durchtrennen na ne wir brauchen ja gar nicht obwohl eigentlich können wir den auch da so eine wand lang führen das würde ja aufgehen warte, warte, warte so auf jeden Fall brauchen wir die hier nicht warte, wir müssen kurz unseren Magneten abmachen ja, das wird nicht so gut gehen warte, dann ziehen wir den Magneten kurz du solltest da nicht hin du musst da hin du musst auf jeden Fall weiter rüber ja pass auf machen wir das so Anker, Anker, Anker nein nee, das so nicht nein so machen wir hier wieder zu ach das habe ich jetzt mit grau wir brauchen wir gar nicht wir machen das sowieso von unten her zu also hier von der Seite und funktionierst du noch du funktionierst du noch ja das das funktioniert das funktioniert alles auf jeden Fall auf jeden Fall noch ein paar logistik teile das die 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 und die 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 da rein kriegen obwohl ich wollte keine jahre alles drüben bauen er wollte ja also eigentlich alles hier alles was automatisierung sowas angebote er ja das sind dafür abgerissen wir müssen uns eigentlich um die bienchen kümmern gut da können wir auch nicht weiter machen weil das problem über die co-probe und dann muss das hoch und war auch nicht kraft den monitor und wenn du bist kommt mir jetzt auch nicht weiter machen also zumindest sich bei den großen weil dafür brauche ich die diamantbiene und dafür wo ich den end in der endzone ist ja skeleppi spawnen das war die falsche biene okay das kriegen wir hin weil aber ist empty das heißt da müssen wir noch mal kurz ein bisschen und wir waren nicht weil er musste nur der drüge ist vorwürdig ja ich brauche noch mehr ja wunderschön dann kannst du jetzt noch mal wir brauchen schmeißen und da ist ein bisschen was nach produzieren da haben wir fast alles das kriegen wir nachher aus nct das brauchen wir nicht unbedingt es ist nicht dass ich wüsste dass wir das brauchen kreativ da brauchen wir sowieso nicht anzufangen tipps und tricks brauchen wir auch nicht das ist eher mob smaschen tinker brauchen wir auch nicht basisdeutsch das haben wir ja das könnten wir nicht auch mitmachen fragezeichen ich hätte eigentlich noch ganz gerne dass wir oben irgendwie ein paar solar generator machen das wäre noch mal als version mit dass sie noch gebrauchen wenn wir davon noch einzelnen sachen aber müssen das nicht unbedingt alles machen das machen wir jedes mal irgendwie thermalserie schau mal okay jetzt weiß ich welche ich meine wir könnten natürlich auch noch aas anfangen fragezeichen aber da muss ich jedes mal nachlesen blut magie hatte kein übersitz zimmer gemacht und ich irgendwo mal angefangen aber botanier achte sind diese spakels oder sein spakels und da sind teile für gut aus raku tools arm und ziehen